Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, der nächste Titel, den ich dabei habe, der richtet sich eigentlich ganz speziell an die Männer hier in Magdeburg und aber auch an die jungen Frauen. Also ich sehe zum Beispiel, du bist ja noch ein ganz junges Mädel, aber so die so ein bisschen gerade so in der Pubertät sind oder die Teenager oder da hinten zum Beispiel, die junge Frau, kennt das bestimmt, wenn man mal Liebeskummer hat oder mal an jemand herangerät, an einen Partner, ja, der so ein bisschen mit den Gefühlen auch spielt. So was gibt es ja oft, ne? Genau. Und darüber habe ich jetzt eben ein Lied mitgebracht, das heißt ganz einfach, hey, du bist der Typ, der die Herzen bricht. Aber Magdeburg, ihr seid noch ein bisschen ruhig, ein bisschen verhalten, ihr braucht euch gar nicht zu schämen, wir sind alle unter uns und ihr könnt wirklich richtig Party machen, mitmachen oder tanzen vielleicht sogar. Hier ist, hey, du bist der Typ.